Juhu! Hallihallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Ark auf Ragnarok. Unser Diabeer ist gezähmt und ich dachte gerade, mein Agentar wäre weg. So Popo, ich habe keinen Sattel für mich, aber für dich, aber du folgst mir sowieso. Ist hier irgendwo noch so ein Mistvieh? Ne, ne? Nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Was ist denn da oben? Loparas, ne? Nitriziratops, okay. Ich war mir nicht sicher, was du mit seinem fetten Popol in der Wand steckst, aber ich glaube, es sind zwei Schweigs da oben. Man muss ja seine Umgebung immer genau im Auge behalten. Und jetzt wollte ich unbedingt ein paar Kibbles herstellen. Oh, entschuldigt. Herstellen. Ich hatte nämlich keine Suporia. Die ist hier, ich weiß nicht, wie sie heißen. Dieser Eien... »Dütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt« So. Hatte ich hier Wasser hochgelegt? Nee, hatte ich nicht, ne? Schande über mich. Naja, okay. Ähm, raus. Und ins Wasser rein. Trinken. Trinken. Geht das nicht? Muss ich es immer zumachen? Hallo? Trink. Trink. Kann man unter Wasser nicht trinken? Ja, jetzt kann man trinken. Ich würde sagen, es geht doch eigentlich da unten. Ja. Schnicker. Voll machen. Gluck, gluck, gluck. Und gluck. Perfekt, doch. Geht schnell wieder rein. Mir ist kalt, ja. Wir haben es auch erst 7 Uhr. Tschüpp. Irgendwas ist in meinem Hals. Klingt gesund. So. So. Oh. Und nun? Was machst du mir jetzt? Was tust du jetzt, hm? Ein bisschen Holz holen. Holz. Im Theater sind noch ganz viele. Voll. Und nun? Machst du mir doch einen Kibbel, oder? So, nein. Hergestellte Nahrung. Da. Das will ich. Ach, Kartoffeln und Mais fehlen mir noch. Okay, jetzt aber. Gibt es einen Unterschied zwischen den verschiedensten Zeichnungen zwischen englisch und deutsch? Oh ja. Da brauche ich einen Angereich. Okay, das ist was ganz anderes. Dino-Ei, Filet, seltener Pilz, Zitrone. Das habe ich aber auch alles. Aber ich warte jetzt eigentlich, dass er das herstellt. Super duper. Perfekt da. Okay. Da kommt die Kohle raus. Nicht, dass es jetzt zu irgendwelchen Verwechslungen kommt. Und hier haben wir das Chili brauchen wir. Und hier hole ich eine Biene. Ja, da finden wir drüber. Chili. Okay, ich glaube, das könnten wir auch kochen können. Das sollten wir auch kochen können. Was macht das denn? Höhe Fertigungsfähigkeit. Kannst du schneller bewegen. Training. Okay. Und dadam. Und dann kommst du wieder raus. Und wir ziehen alles, was wir dafür brauchen. Und dann kocht ihr das. Und wir tun noch ein bisschen Wasser rein. Ich warte mal, dann haben wir schon den Industrie. Industrie. Grill haben wir auch nicht. Den Zerkleinere haben wir auch nicht. Und den Cooker haben wir nicht. Was? Egal, es ist mal ein paar Kibbel zu machen. Kibbel, Kibbel. Wo ist mein Chili? Chili? Chili. Chili. Ach so, Chili. Chili wird noch. Newton dauert das lange. Chili haben wir noch. Man könnte. Kampf Tata. Es gibt voll vieles. Medizinisches Gebräu. Energietrank. Eine Suppe. Gegenüber verwärmen. Man macht das Soßgefühl runter. Das ist auch voll praktisch. Ich benutze die aber eigentlich nie. Vor Kälte. Wasserverbrauch. Senkt das. Und das sind... Ja, genau. Es gibt doch auch denen, wo man... Ne, ist auch egal. So. Äh, immer noch kein Chili. Chili? Chili. Hä? Warum machst du denn Farbe-Kackspast? Ich will keine Farbe. Mann, ey. Okay. Aber wir haben schon mal zwei Kibbel geschafft. Wui. Und die kommen in den Kühlschrank. Nicht, dass mir zwei Kibbel irgendwie helfen würden, aber... Die Farbe, die ich hergestellt habe, kann ich in den Kühlschrank schade. Und sind denn hier alle... Da habe ich die Eier eingesammelt, bevor es irgendwie darum ging. Simple Kibbel haben wir. Basic Kibbel. Dann brauchen wir noch ganz viel Regular Kibbel. und Superior Kibbel. Und hier brauchen wir für allen Kibbel ganz viel. Konsumgüter. Hergestellte Nahrung. Okay. Mal gucken, ob es wenigstens jetzt Chili gibt. Und... Und... Chili! Dann können wir das Kibbel herstellen. Mit einem Rex-Ei. Und dafür brauchen wir diese Lazarus-Suppe. Die können wir sogar herstellen. Und den Ponig einer großen Biene. Das haben wir jetzt nicht da. So. Du raus. Du raus. Genau. Ich habe auch Autocrafting ausgemacht. Dann funktioniert das auch alles besser. Was ist denn das? Okay. So. 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 Oh Gott, entschuldigt bitte. Dich. Eins, zwei, drei, sechs. Pcht. Alle herstellen. Okay. Dann hat er da wenigstens schon mal was zu tun. Und ihr könnt hier in den anderen. Blub, 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 blub. Kochtopf. Und da müssen wir uns mal ausräumen. Und ich glaube, unseren Agentaren müssen wir auch unbedingt mal ausräumen. Das ist ganz schön schwer. Da wir immer alles mögliche pullen können. Müssen wir gar nicht so gut wegräumen. Juhu. Wir können einfach... Wo sind wir denn geflogen? Mit Alf oder mit Alvin? Düt, 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 düt. Ich weiß es nicht. So. Meins, meins. Mit dir sind wir geflogen. Meins, meins. Meins. Meins, meins. Der Rest ist alles... Da sind Sachen, die man nicht braucht. Und meins. Sieht doch schon gleich viel besser aus, das Tier. Wir nehmen uns irgendeinen Schrank. Oder hier. Und schmeißen die Scheiben... Feuze einfach rüber. Feuer löschen. Ja, Feuer löschen. Und... Hier haben wir kein Metall mehr drin. Und... Also, ich brauche unbedingt Metall. Ich muss unbedingt Metall holen. Ganz viele Eier. Ein Ei. Warum liegt da ein Dodo-Ei? Sag mal das ein. Oder geht das nicht, weil es nicht unser Dodo-Ei ist? Oh, hallo, Flauschi. Habe ich irgendwo einen Bärensattel? Ich meine, ich habe ja den Beutel ausgeräumt von Bärbel. Dei... Bier? Nein, wann ist das hier? Nein, nein! So. Nein? Nicht doof? Hatte der keinen Sattel? Habe ich nicht gelernt? Nein, hatte ich nicht. So. Deirebier? Bier? Gut. Leder. Ich habe nämlich kein Leder. Okay. Okay. Dann fliegen wir mal mit Alf. Und... Elvin. Und nicht mit der Schildkröte. Aber dafür mit... Das war doof. Das war doof. Alles zurück, alles zurück, alles zurück, alles zurück. So. Auf die andere Seite. Ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Irgendwo auf dem Weg fliegt Jochen noch. Jochen ist gerade mega lahm. Ich bin ihm eben schon ein bisschen entgegen geflogen. Oh, da hat er mich voll erschreckt. Ähm... Jochen! Wir haben uns doch eben über dem Wasser hier getroffen. So weit kannst du doch gar nicht zurück sein, Jochen. Wo bist du? Ich habe ihn hier auf dem Wasser, haben wir uns getroffen und ich bin vorgeflogen. Ich bin Base. Jochen? Dankespiel. Wo ist Jochen? Das ist ein Tech-Wertzteil für 24 männlich. Jochen? Er war doch eben hinter mir. Und zwar nicht hier drüben. Wir sind uns auf dem Wasser begegnet und dann ist er mitgekommen. Richtung Base. Hier steht er nochmal irgendwo in der Base rum und ich habe ihn übersehen. Ich weiß es doch nicht. Jochen? Mal gucken. Seht ihr irgendwo Jochen? Das ist da hinten. Da war ein Agentar, was ist. Das ist nicht Jochen. Jochen? Da ist Jochen! Seht ihr ihn auch? Er hat sich verfangen, der Idiot. Ach Jochen! Wie hast du denn das gemacht? Da kann sie sitzen bleiben. Gut, es sind alle wieder da. Deswegen brauchen Tiere Namen. Und ja. Bär heißt Bär. Aber er heißt ja nicht Diabier, er heißt Bär. So, wir waren sehr fleißig. Wir haben ein bisschen Wasser gesammelt. Und das brauchen wir jetzt. Wir brauchen ganz viel Holz, würde ich sagen. Und dann brauchen wir das Metall. Ach, guckt euch das an, was wir da alles Fleißiges gesammelt haben. Pull. 500 Holz. Wird vielleicht ein bisschen zu wenig sein. Naja, sehen wir dann. Es brennt ja jetzt nicht mit dem Metallholz. Dann haben wir noch ein bisschen Steine und Obsidian und Feuerstein mitgebracht. Was so alles so mitkommt. Feuerstein. Pull. 2000. Obsidian. Was sind das? 500? 550. Und Stein. Stein. Boah. Jochen. Elvin. Agenda habe es auf. 2600. Perfekt. Wenn das nicht erfolgreich war. Chip. Dann weiß ich auch nicht. Hep. Gluck, gluck, gluck. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Kibbel. Ich habe irgendwelche Pläne für heute. Kibbel herstellen. Wir können mal hinten nach dem Dünger gucken, wie es unserem Dünger geht. Und dann können wir... Ach ja, hier war ja dieses Mistding und hat alles kaputt gemacht. Ach ja, da war ja was. Nur eine? Wenigstens ihr habt überlebt. Aber ich brauche zwei Wände. Drei noch. Habe ich noch welche? Ach, vorsichtig. Dann brauche ich uns die Kacke. Ah ja, mal ganz schnell. Collection. Startcode. Dann wird er das gleich schnell machen. Das wollte ich tun. Ach ja, ich wollte gucken, ob ich... Ich habe nur Türen. Okay. Strukturen. Gewächshaus. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Dann brauche ich... Dich. Ruhig dreimal, ne? Hoh. Da. Und dann laufen wir mal zurück und gucken, ob der schon Kacke eingesammelt hat. Wir haben uns schon ein bisschen länger nicht mehr um unsere Beete gekümmert. Noch keine Kacke eingesammelt. Enttäuschend. Dann gebe ich dir eine Sekunde. Ich darf nur nicht vergessen, es wieder wegzuschalten, weil dann ist er nämlich voller Kacke. Und kann keine Eier mehr aufsammeln. Das wäre auch scheiße. So. Hä? Sind da nur zwei? Gut. Sag nicht, der geht da nicht. Habe ich nicht trotzdem Treibhause? Guck mal, Treibhauseffekt, eine Million. Und die haben alle auch keinen Dünger mehr. Ich brauche also wirklich mal Dünger. Wow. Ah, guck mal. Hier steht noch ein Bottle. Dünger. Juhu. Eins. Und. Zwei. Und drei. Einer passt auch noch, ne? S plus Kompassbinden. Jupp. Dann brauchen wir noch Stroh. Ganz viel Stroh. Stroh. Und platzieren. So. Ach guck mal, stimmt. Die sammeln ja die Kacke automatisch, ne? Na, macht schon. Macht was ihr wollt. Hä? Ja. So. Dann kann ich da drüben ja. Und hier kommt auch noch Stroh. Und hier kommt auch noch Stroh. Und dann habe ich noch ganz viel. Nein, ich passe da nicht mehr durch. Nein. Ich passe da nicht mehr durch. Majorberry. Ich wollte es eigentlich bei den Narkos. Wollte ich düngen. So viele Narkos habe ich und so viele Bären. Dann muss ich jetzt wieder ausstellen, dass die Kacke gesammelt wird. Und... Oh Gott. Achso. Hä? Stopcode. Okay. Deswegen hat er da nicht gesammelt, weil der da hinten ganz viel gesammelt hat. Komm mal mit. Da ist immer noch mein Triceratops. Äh, mein, 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 mein Flasch. Die mit Flasch. So. Er ist aufgestiegen. Das kann er ja gerne sein. Aber wahrscheinlich auch 20.000 Level Gewicht. Lass uns wenigstens einen Schritt von zu Hause weggehen. Und dann darfst du gerne Stroh sammeln. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und hoch. Und hier lang. Und da lang. Und zack. Entschuldigung, Dodo. Entschuldigung. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Und hier, ein kleiner Wald. Ach, ich liebe diese Wälder mit den kleinen Bäumchen. Die bringen ordentlich was. Tschuh. Meins, meins. Man kriegt ganz viel Stroh. Ohne dich zu bewegen. Und damit so ein Terzi durch. Zum Holz sammeln. So. Und Stroh wiegt ja auch nichts. Können wir noch ein bisschen mehr. Ich habe schon lange kein Stroh mehr geholt. Ganz selten gehe ich irgendwie los, um Stroh zu holen. Ich hole meistens Holz. Und dabei holt halt das hier Stroh, ob man will oder nicht. Deswegen. Ist die ja noch so ungelevelt. Wobei ich es einfach nie brauche. Stört. Stroh, Stroh. Stroh, Stroh. Stroh. Hui. Ach, guckt euch das. Der hat so viel Ausdauer. Und hier sind wir wieder. Hier ist doch wieder was zu essen. Das hat dann eine Sekunde gedauert. Praktisch. Sehr praktisch, diese Tiere. Also wir können Lars streicheln. Da sind unsere Spuckis. Wie geht es denn unseren Nahrungsmitteln? Ja, alles gut. Und die. Stimmt, ich habe hier auch noch zwei Kompost-Bins. Stimmt. Da war ja was. Ein. Wow. Nicht so viel. Besser. Viel besser. Gut. Das kommt jetzt auch noch auf die anderen drauf. Und dann da lang. Und hier lang. Und so. Hinzufügen. Dünger. 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 So. Das waren die vier Dünger, die ich besaß. Dann würde ich nochmal gucken wollen, wie denn das aussieht mit der Benzinversorgung. Bei meinen Generatoren. Weil der wird schon gut benutzt. Aber ich habe noch ganz viel. Das ist gut. Denn ich bin so der Typ Mensch, der vergisst das nachzufüllen. Dann wundere ich mich, warum auf einmal alles irgendwie kaputt ist. Ne Jochen? Hier habe ich auch einen. 50. Was habe ich denn hier in dem? Ah, da sind Kühlschränke. Warum habe ich hier Kühlschränke stehen? Gute Frage. Was habe ich mir gedacht? Hier habe ich meinen Chemietisch. Eigentlich müssen wir mal einschalten, ne? Und alle herstellen. Tschüt, 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 tschüt. Und dann alle herstellen. Dann kriegen wir nämlich ganz schön viele Punkte. Was wollte ich noch machen? Ah, das kann ich hier gar nicht herstellen. Ich wollte sonst noch was herstellen. Na Jochen? Hast du was Schönes bei dir im Inventar? Ah. Siehst du, ich wollte noch den Bärensattel herstellen. Dial Beer. Geht doch. 88 zu wenig Leder. Was habe ich nur mit meinem Leder gemacht? Oh, es geht so schön schnell. Es geht so schön schnell. Alle herstellen. Herziehen und herstellen und herziehen und herstellen. Ach, das macht so Spaß. Guckt euch das an. Zack, zack, zack. Es gibt so viele Erfahrungspunkte dafür. Das ist so toll. Ihr müsst einfach nur euch so einen Chemietisch bauen und dann einfach daneben stehen. Und dann levelt ihr eigentlich automatisch. Oh, 666 Zündpulver. Das ist bestimmt die Zahl des Bösen. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier mal ein bisschen noch weiter. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das heißt, let's play the Ark of Ragnarok. Und danke schön fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.